So, hier müssen wir noch ein bisschen nach... Nein, 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 du bleibst vorne mit dem... Genau. Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, der Montagshow, die erste im Jahr 2020. Wie die Zeit vergeht, die Feiertage sind vorbei, viel gegessen, wenig bewegt. Andreas, wie war denn das bei dir so? Du, ich hab ein bisschen was gegessen und ein bisschen weniger bewegt. Andi, hast du Vorsätze für das neue Jahr? Ja, hab ich. Und? Ich hab da was. Was hast du denn? Ich hab eine Verena. Eine Verena hast du? Ja. Sollen wir die holen? Ich glaub, das war sehr gut. Na dann, drei, zwei, eins. Ja, hallo Verena, Servus, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Michi, danke für die Einladung. Verena, Andreas und ich, wir haben Vorsätze, wir wollen ein bisschen gesünder leben, wir wollen ein bisschen mehr Bewegung in unser Leben bringen. Was machst du so, Verena? Ja, ich bin Yoga-Lehrerin in erster Linie, mache auch Energiearbeit, bin auch Ernährungstrainer. Wow, also das Richtige, was man gerade braucht, das braucht man. Also manche mehr, manche weniger vielleicht. Verena, nur kurz, was ist Yoga? Was bedeutet Yoga? Yoga ganz einfach erklärt, du kommst tief in Kontakt mit dir selbst. In der heutigen Zeit schwer möglich und durch Yoga kommt man wieder genau zum Ursprung, nämlich zum Ursprung zur Seele. Liebe Zuseher, ich glaube, ihr wollt alle sehen, wie der Andreas und ich Yoga machen. Ich glaube auch. Sollen wir da was ausprobieren, Verena? Hast du ein paar Übungen vorbereitet? Können wir gerne. Also normalerweise beginnt man bestimmt nicht mit dem Sonne-Groß. Ah, das machen wir schon. Dennoch können wir es vielleicht ausprobieren, wie ich euch zeige. Na dann. Wenn man die Sonne begrüßt. Wenn man die Sonne begrüßt, dann ist Sonne. Servus. Gut, liebe Zuseher, Adi, wir schmeißen sich in unser Yoga-Outfit, hätte man gesagt. Yes. Dann habe ich gesagt, auf Los geht's, Los! Liebe Zuseher, unser Outfit einfach ein Knaller, meines vor allem. Ich gebe das Mikrofon jetzt der Verena und die Verena wird uns jetzt anleiten bei dem Sonnengruß. So, das freut mich. So, wir gehen jetzt einmal zum Mattenanfang. Ihr bleibt vorne. Wir atmen jetzt ein und gleichzeitig kommen wir über die Seite mit den Armen nach oben. Wir atmen ein, genau, nach oben. Ja, dann greift sie nach unten. Wir steigen jetzt rechts nach hinten, mit dem rechten Fuß nach hinten steigen. Rechter Fuß, war das? Genau. Dann kommt das linke Bein zum rechten dazu. Jetzt sind wir in der schiefen Ebene. Genau. Auf die Knie, auf die Brust und Kinn. Genau, super. Und jetzt schiebt euch einatmend nach vorne in die Kobra. Darf ich es dir mal vorzeigen? Gerne, Verena, bitte. Wir fangen an, beginnen wieder mit der Kobra. Genau, sehr schön. Und jetzt nach hinten kommen wir. Genau. Sehr gut. So, hier müssen wir noch ein bisschen nach hinten. Nein, nein, nein. Du bleibst vorne mit dem. Genau. So, dass wir hier eine schöne Dehnung haben. Eee, das gefällt mir nicht so. Danke schön. Danke schön. Liebe Zuseher, ja, ich muss sagen, Wahnsinn. Danke für die tolle Vorführung, für den Sonnengruß. Ich muss die Sonne was zurückgrüßen. Die ist schon untergegangen bei dem Desaster da. Verena, für unsere Zuseher, wo können Sie dich finden? Ihr könnt mich finden in der Schneebergasse 36 im zweiten Stock. Das ist in Wiener Neustadt, 2007 wird Wiener Neustadt. Oder auf Facebook Ladestation, das ist mein Firmenname. Und verenaeder.com Du kommst auch zu Firmen, habe ich gehört. Ja, also wenn Business Yoga gefragt ist, bin ich gerne bereit. Du sollst da was sagen, ich habe da was die Frau macht jetzt Business Yoga da. Andi weiß noch nichts davon. Liebe Leute, ich freue mich. Liebe Verena, alle Informationen wie immer, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage danke, dass du da warst. Mir hat es Spaß gemacht. Es war auch anspruchsvoll. Danke, mir auch. Ja, liebe Zuseher, wir verabschieden uns mit den Worten Schau, 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 ich habe da was. TV! Namaste.